Heute mal ohne Bademantel am Start und ohne Premium macht Gomme HD riesigen Spaß. Ich habe ein neues Intro bekommen. Ich blende es am besten mal ganz kurz ein. Ah und an dieser Stelle wollte ich mich nochmal hier bei den Designer bedanken. Nochmal richtig korrekte Aktion von dir, dass du mir spontan ein Intro machst. Ah, mit Lärm mal PvP. Okay, so kann es einfach gar nichts. Ah, mit dem dummer One-Zone. Oh mein Gott. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Der hat mir einen Eisenschwert gekrobt, der dumme One. Jetzt fragen sich die Leute natürlich. Was habe ich hier für ein Hacklein drin? Das ist der Imbissklein von Jinx. Leute, wenn ich dieses Spiel gewinnen sollte... Warte ganz kurz, wir spielen jetzt eine Runde Wahrheit oder Pflicht. Bist du schon einmal in einem Thrip Club gewesen? Ja. Okay, jetzt kommen wir zur dritten Frage. Ist Amit ein Sch*****? Ja. Würdest du jemals jemanden Daten, den du online kennst... Was? Ich habe es so vertraut. Würdest du jemals jemanden Daten, den du online kennengelernt hast... Daten? Ich bin so richtig verkehletzt. Scheiße, Mann. Warum bin ich so freilich? So freilich? So freilich? Like. Am Schluss wollte ich euch noch sagen... Es tut mir leid, dass ich momentan keine Videos mehr hochlade. Aber das wird sich ändern in diesen Wochen. Ich hatte halt sehr, sehr wichtige Meetings. Und war halt sehr oft draußen. Ansonsten ist das Video auch schon leider vorbei. Ich wünsche euch noch damit einen angenehmen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.